So, die Online-Welpen kommen jetzt immer mittwochs um 20 Uhr live. Was denn? Tut mir leid, dass ich eure kleine Party stören muss. Aber ihr habt den Mittwochabend nicht mehr für euch alleine. Äh, ja, aber bei uns geht's um Online-Rollenspiele. Online-Rollenspiele, das sind für mich doch nur Peanuts. Xbox 360, jeden Mittwoch 9 Uhr. Das Magazin, bei dem sich alles um die Xbox 360 dreht. Pfer, da könnt ihr noch was lernen oben. Das wollen wir mal sehen.